ich löse auf jeden fall jetzt mal hier oben den stein stockpile auf remove designation der geht von da bis da macht daraus noch ein custom stockpile so und du nimmst wie immer animals kannst du auf dem das abo coins passblocks games finnisch kurz leder klopf weapons und armors für das erste hier oben wird jetzt gearbeitet ja und die karawane verlässt uns bald wieder das ist okay wir haben ja gehandelt was sagt die küche eigentlich über trinken was wir haben wir haben wolf teller für pf1 longland bier strawberry weil wir haben auf dem wein dorfen bier und alles zeug zum verbrauen haben wir zwar nicht mehr viel aber wir haben was koste wieder ja du kochst okay jetzt sollten wir mal die suspenden und neuen task rock pot rock pot noch mal 30 stück dich machen lassen so jawohl seht euch den clash hier an es wird zeit dass wir hier unten die meeting hall aufbauen oder fällt mir ein wenn wir schon dabei sind rock doors 30 stück kann ich schon einen table platzieren ja kann ich na nicht ganz mittig platzieren wir ihn hier und ein share brauchen wir noch okay obwohl es reicht glaube ich erst einmal ein table um ein dining zu machen genau 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 make dining room er so obwohl das müssen wir noch lassen okay das können wir nachher machen wenn da ausgebuddelt ist wenn sie nicht gerade hier oben buddeln okay einmal bitte hier aufhören ihr sollt das erst das da unten fertig machen bitte und da müssen wir noch eine etage tiefer endlich mal ausheben und dann dort riesiges steinstock pils hinsetzen okay ich bin mal so mutig und geht gleich zwei in auftrag dass die wie moved werden kommt sogar schon einer macht zweck so ich glaube es wurde das letzte tier geschlachtet ja okay und ich glaube die letzten drei kann ich dann auch so vergeben so und da wir so viele eitel zwerge haben wird es wohl zeit neue zonen zu vergeben dass wir den zweiten dinger mal fluten können weil trinken sieht gut aus auch wenn es jetzt oberflächen trinken ist und kein zwergisches gibt es jetzt erstmal neue zonen das ist kein zonen kopierbuffet gibt das ist weg tänge flo 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 das ist so das ist das hier so das so 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 Das Ganze jetzt wieder zu Pit Ponds machen. Ja, die Arbeit ist das Hauptproblem. Das muss ich alle noch einstellen. Also ja, falls irgendeiner einen Kopierbefehl oder so kennt, wie ich einfach eine Zone kopieren kann. Mal, jetzt habe ich geradeaus versehen, zum Beispiel die Zone hier. Jetzt ist ein Pond, okay. Du bist auch schon ein Pond. Du bist ein Pond. Du bist ein Pond. 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 Ja, das ist lästige Arbeit, aber es muss sein. Pond. Es werden einige wieder mit Pond-Film beschäftigt sein. Ja, sie rennen auch schon los wie die Verrückten. Sehr schön. Ich wünsche dir, ich könnte das mal in wichtigen Zwergen wegnehmen. Ah ja, sie stürmen mit ihren Wassereimern da hoch. Trennen da runter und gut. Wird irgendwer vermisst? Nö. So, durch Plump-Permits ist schon mal unser Vorrat etwas gesichert. Auch wenn wir immer noch hauptsächlich Longland-Gras zum Verbrauen haben. Wahrscheinlich wird gerade mal wieder nicht gebraut, weil wir nicht genug... Ähm, hüpp. Jupp, wir haben nicht genug Pots übrig, aber ist egal. Wenigstens scheint sich hier das schneller zu füllen. Ja, wir haben ein Mandat auf bestimmte Goods. Was denn für welche? Ähm, Lederrüstung. Naja, das wird schon gehen, irgendwie. Erstmal gucken, dass wir das Wasser hier verteilt kriegen. Noch haben wir Winter. So, und während wir Winter haben, kann ich ja schon mal weiter hier um die Mauer planen vielleicht. Okay, da verlassen uns die Händler. Da ist ein Stück was im Weg, das ist aber egal. Ich muss gucken, wie weit ich hier rüber muss. Nein, so würde ich das nicht. Ignore Building Restrictions. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Äh. Open Placement vielleicht. Make Hollow. Make Solid, make Hollow. Escape. Äh, eins nach oben wieder. Wo ist mein Ding? Ah, da. Wall. Ach so. Habe ich ja aus Versehen irgendwie die, die F-Hack-Variante eingeschalten. Soll ich eigentlich auch nicht. Open Placement, Disabled, Make Solid, Showbox. Worauf habe ich aus Versehen gedrückt? Ah, Box Select. Das hier. B, also. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Ich muss nämlich jetzt gerade gucken. Wie viel Platz ich links und rechts lassen muss maximal, dass ich nicht aus Versehen ins Wasser reingrabe. Also, dass ich nicht aus Versehen, wenn ich nach dem Burggraben mache, meinte ich, da reingrabe. Das wäre nicht so toll. Aber ja, wenn ich... Aber ja, wenn ich... Äh... Ja... Ich weiß, die Steuerung doof. So. Wenn ich hier die Mauer hinmache, fließt der Gaben hier lang. Das würde gehen. Ja. Das muss ich mir eh noch überlegen, denke ich mal. Wie sieht es da unten mit der Farm aus, mittlerweile? Fühlt sich ein bisschen. Gut. Da wird noch fleißig angebaut. Wie sieht es mit unseren Seeds aus? Mit unseren Plump Helmets Bonds. Drei Stück, aber wir haben wahrscheinlich noch einiges an Plump Helmets übrig. Oder? Die verbraut werden. Plump Helmets 17. Okay, das geht. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich langsam ein bisschen Ordnung in die Küche bekomme. Auch wenn der Koch die ganze Zeit beim Kochen ist. Wird das Zeug hier abgearbeitet? Ja. Pots sind schon 20 fertig. Sehr gut. Wie geht es meinem Weapon-Zwerg? Der ist immer noch bewusstlos. Na, hoffentlich kümmert sich jemand um ihn, nicht dass er da verdurstet. Aber ja, ich glaube, ich will mal irgendeinen Zwerg aus. Das ist bei allen an, also werden sie ihm auch was zu trinken geben. Und wir haben wieder Saat-O-Nix gefunden. Ah, sie sind jetzt hier beschäftigt. Da haben wir hier unten schon wieder pausiert. Das ist ... Das ist ... Das ist ... Das ist ... Untertitelung des ZDF, 2020